Hey Pyrus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es für euch die Hates von Niko. Ja, eine 21 Schussbatterie. Die Batterie hat 25 Sekunden Effektdauer und eine Effekthöhe von ca. 50 Metern. Ja, es handelt sich hierbei um eine Fächerbatterie. Dreier Salven mit Silber blinkenden Aufstieg und anschließend laussteiger Verwandlung sowie violetten, blauen, gelben oder goldenen Sternpukets umrahmt von weißen Blinkern. NEM beträgt bei diesem Gerät ca. 281 Gramm. Und hier steht diese Artikelseite zum Publikum hin aufstellen. Schauen wir nochmal kurz rein in das Ding. Ah, schön. Hä? Geil. Ja, da haben sie ja eindeutig die Batterie falschrum eingesetzt. Hier in diese Richtung ausrichten. Ich meine, gut, wahrscheinlich nimmt es sich nichts vom Effekt her. Ah, so, hier, da. Naja, gut. Wahrscheinlich ist es wurscht. Aber cool, dass es auf beiden Seiten steht. Vor allem hier so und da so. Weil hier steht nichts auf dem Karton. Naja, gut, egal. Es wird im Effekt keinen Abbruch tun. Ich weiß, wie ich sie aufstellen muss. Und dann, ehrlich gesagt, sind wir sie jetzt. Ich wünsche euch herzlich viel Spaß mit der Hades oder Hades oder wie auch immer man das Ding ausspricht von Nico Feuerwerk. Los geht's. Hades Nico. Hallo, es ist ein Euer Christian. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. DERNAL-TREIS Bis zum nächsten Mal.